Das ist Alex. Alex geht noch zur Schule und muss täglich mit der Bahn zur Schule fahren. Sie fährt gerne mit der Bahn, aber hin und wieder kommt die Bahn zu spät an ihrem Ankunftsbahnhof an. Alex muss sich jetzt, wie all die anderen Schüler auch, im Bahnhof am DB-Infopoint in eine lange Schlange stellen, um eine Bescheinigung über ihre Verspätung zu erhalten. Dies verlängert zeitlich ihren Weg zur Schule noch einmal. In der Schule angekommen, muss sie ihrem Lehrer ihre Bescheinigung über die Verspätung vorzeigen. Zukünftig aber kann Alex sich die App Dileon laden. Mit dieser App kann sie nach ihrer Ankunft direkt zu ihrer Schule durchstarten. Im Klassenraum angekommen, kann Alex zukünftig ihrem Lehrer ihre Verspätungsbescheinigung dank DB Dileon auf dem Silbertablett servieren.